Es dauerte nicht lange, bis ich die Lieblingsspionin der Kaiserin wurde. Da ist etwas, das Eure Majestät wissen sollte. Es betrifft Madame Kluge. Madame Kluge? fragte die Kaiserin träge. Was ist mit ihr? Sie hatte Besuch von einer alten Baba. Stumm hörte sie an, was ich zu erzählen hatte. Von der alten, deren zahnloser Mund Beschwörungen murmelte, von einer Kerze, die flackerte und qualmte, obwohl kein Luftzug im Raum zu bemerken war. Wie leicht und flink mir die Worte von den Lippen gingen. Geld wechselte den Besitzer, Geld für einen Zauber, einen unsagbar scheußlichen Zauber. Nehmen Sie diese Flasche, gießen Sie Ihren Urin hinein, bestreichen Sie damit die vier Füße des Betts Ihrer Herren, dann wird sie ihn wieder gnädig werden. Haare, abgeschnittene Fingernägel, Hautschuppen mussten gesammelt und zusammen mit zauberkräftigen Kräutern und anderen magischen Ingredienzien in altes Papier gewickelt werden. Madame Kluge sollte ein schwarzes Band frisch gebügelt darum binden und das Päckchen in aller Heimlichkeit am rechten Ort verstecken, wo der Zauber seine Wirkung entfalten konnte. Die Kaiserin hielt den Atem an. Ich wusste damals noch nicht, wie sehr sie sich vor Hexerei fürchtete, aber ich wusste, dass ich nicht aufhören durfte zu reden. Ihre Augen wurden ganz weit. Sie fasste meine Hand und zog mich näher zu sich. Noch nie hatte mir jemand so gespannt zugehört. »Wo ist es?«, fragte sie. Ich zeigte auf ihr Bett. Ich hoffte inständig, dass ich es richtig verstanden hatte, dass Madame Kluge getan hatte, was die Alte ihr empfahl. »Zeig es mir«, sagte die Kaiserin. Ich ging zum Bett und hob die Matratze hoch. Da lag das Bündel, verschnürt mit schwarzem Band. Die Kaiserin befahl mir, es zu öffnen. Ich gehorchte. Es roch nach Staub und Kräutern. Das Päckchen enthielt neben rötlich gefärbten Schnipseln von Fingernägeln ein Knochen, ein Knäuel Haare, eine verschrumpelte Karotte und ein paar getrocknete Blumen. Die Kaiserin bekreuzigte sich mehrmals. »Leg es da hin«, befahl sie. Ich hörte die Angst in ihrer Stimme. »Vorsichtig! Lass es ja nicht fallen!« Ich legte das Bündel auf einen Tisch am Fenster. »Decke es zu.« Ich breitete ein Taschentuch darüber. »Das hast du gut gemacht, Vavara.« »Der Kanzler hatte Recht. Ich bin sehr zufrieden mit dir.«